Hey, hallo und herzlich willkommen zu deinem Neumond-Oraku. Wir haben am Samstag, 13.03. eine spannende Zahlenkombination, einen Neumond. Und der Neumond hat ja immer mit Loslots zu tun. Und mit dem 13.03. begegnen wir ihm Tarot die Position vom Tod. Also, die Endstation ist etwas, das zu Ende geht. Und zugunsten deiner Herzenergie möchte ich losgelassen werden. Zugunsten deiner Liebesenergie, zu deinem höchsten Wohl, zu deiner höchsten Berufung, zu deiner höchsten Fähigkeiten. Und aus diesem Grund habe ich mir überlegt, möchte ich sehr gerne ein Neumond-Oraku machen, um zu schauen, was haben wir da für Themen und Energien und Informationen, die einschwingen, die vielleicht auch für dich wichtig sein können, damit du dich ganz und gar auf diesen Prozess einlassen kannst. Und dazu habe ich ein paar Karten gezogen aus dem Moonschild Tarot. Und ich würde vorschlagen, wir schauen einfach gerade mal direkt ins Hauptthema rein, hier in der Mitte, was es für Strömungen sind, was es für Themen sind, die auf dich zukommen, was zu diesen Themen geführt hat und wie das so ein bisschen weitergehen wird. Und dann habe ich noch eine abschliessende Botschaft gezogen, für dich zu schauen, was so das Übergeordnete ist im Zuge des Neumondes. Neumond, es geht um Loslassen, es geht auch um eine Art Schattenarbeit, es geht auch um Arbeit vom Unterbewusstsein, sowie auch vom Unbewussten, welches sich öffnen möchte für dich, hin zu deinem höchsten Potenzial. Und leider ist es so, wenn wir in dieser Potenzialentfaltung drin sind, dass es nicht immer einfach ist. Und dass man manchmal wirklich Katze aus dem Sack lassen muss, oder zuerst einmal muss man den Blick erhaschen in die Dunkelheit vom eigenen Unbewussten, vom eigenen Unterbewussten, weil da drinnen auch all die Fähigkeiten und Talente schlummern. Ja, ich würde sagen, wir starten einfach gerade mal und schauen, was ist das Thema vom Neumond. Wenn ich dann die Karten aufnehmen kann. So. Oh, acht von den Kelchen. Nomen ist omen, es geht ums Loslassen. Es geht ums Loslassen, es geht ums Abschiednehmen. Und ich sehe, dass du am Abschiednehmen bist, oder dass bei dir ein Prozess eingeleitet wird, wo du dir bewusst werden darfst, was es in deinem Leben zu verabschieden gilt. Verhaltensweisen, Anschauungsmuster, vielleicht auch Themen, Menschen, Situationen im Umfeld. Und das kann bedeuten, dass vielleicht im einen oder anderen Fall wirklich ein Loslassen angezeigt ist. Ein Loslassen hin zu einem neueren Glück. Ein Loslassen hin zu einer neuen Identität von dir. Eine neue Geburt von deiner Identität. Und ich sehe, dass es bei dir auch ganz fest darum geht, dass die Gefühle, die vielleicht auch lange Zeit sind gestallt gewesen, ja, wo du vielleicht auch gar keinen Zugang gehabt hast, dass die da so richtig ins Fliessen kommen. Und dass du deinem ganz individuellen Seelenweg möchtest folgen. Ja, das, was für dich bereitsteht, dein Potenzial. Und ich sehe aber auch, dass da mit acht von den Kelchen, dass da Ängste rum sind, dass da Hindernisse rum sind, die Blockaden noch rum sind, wo es noch zu transformieren gilt. Es ist noch ein Weg. Es geht nicht ganz so schnell, vielleicht wie du meinst. Aber gut, du brauchst Weile. Und so ist es auch für dich angezeigt, das, was da für dich bereitsteht, an dem Potenzial, für dich, dass das wirklich etwas ist, was jetzt in die Strömung von deinem Bewusstsein möchte kommen. Und du siehst, es fliessst schon. Es hat schon angefangen, es ist schon so wie etwas in den Fluss gekommen, etwas in die Fahrt gekommen, was dich vielleicht bewegt hat, gerade in der jüngsten Vergangenheit oder in den letzten paar Wochen, vielleicht auch seit Anfangsjahren, weil wir haben ja enorme Energien in diesem Jahr. Das ist wirklich unglaublich. und wo dich so ein bisschen wie geweckt haben, wie der Weckruf von der Seele. Und du siehst, da ist es so eine Frau. Und die Frau, die will ihren Weg gehen. Und das bist du. Unabhängig davon, ob du Frau oder Mann bist. Aber ich spüre ganz fest, dass es für dich angezeigt ist, dass du deinen Weg musst gehen, willst gehen. Im einen oder anderen Fall kann das auch eine Kündigung anzeigen. Oder einfach auch eine Loslösung aus irgendwelchen Beziehungen. Beziehungen im Job, Beziehungen im privaten Umfeld. Um einfach den Weg von der Individuation von deiner Seele zu machen. Und das ist vielleicht ein bisschen ein einsamer Weg am Anfang, weil du auf dich gestellt bist, weil du mit dir konfrontiert bist. Gerade auch mit den Themen, die dir vielleicht Angst bereiten, die aber wichtig sind, dass du an diese Blockaden herkommst, um eben eine Transformation herbeizuführen und das steht jetzt für dich bereits schon an. Also nimm es an, nutz die Kraft, die momentan da ist. Auch wenn es anspruchsvoll und fordernd ist. Es kommt mir so vor, wie so ein Hindernislauf, den du begegst, der jetzt in eine Transformation möchte münden. Spannend. Die Karten, die sind so, die kann man einfach nicht aufnehmen. Wunderschöne Karten, aber man kann sie nicht aufnehmen. Und du hast an deiner Seite den Ritter von der Münze. Und du weisst, wenn der Ritter von der Münze kommt, es ist zu deinem höchsten Wohl. Es ist für dich Selbstwertgefühl. Es ist für deine Selbstliebe. Es ist für das, dass du dir selber näher kommen kannst. Und er begleitet dich. Und er sagt dir, alles ist vielleicht ein langsamer Prozess. Also nimm dir die Zeit. Langsamer ist schneller. Langsamer ist effektiver und qualitativ hochwertiger. Langsamer ist achtsamer. Und es führt dich zu deinem authentischen Selbst. Also zu dem Anteil, wo du ehrlich und aufrichtig und wahrhaftig kannst mit dir sein. Wo du dir selber treu kannst sein. Und vielleicht merkst du das hier mit diesen acht von den Kelchen, dass eine Veränderung angezeigt ist bei dir. Weil du merkst, du bist dir irgendwo in einem Lebensbereich vielleicht nicht selber treu. Oder du merkst, dass es dich dorthin zieht oder dorthin zieht. Und du machst es vielleicht nicht. Oder vielleicht eben jetzt gerade ausgehend von diesen Energien vom Neumond. Du darfst dich dazu bewegen, dass du in die Bewegung kommst. Und mit dem Ritter von der Münze wird dir einfach auch eine Energie geben, wo du merkst, wow, da kommt Beständigkeit in deinem Leben. Beständigkeit ist ja der Wandel, Beständigkeit ist die Veränderung. Und mit dem Ritter von der Münze möchte man dir auch noch ein bisschen Sicherheit geben, dass du weisst, du bist geführt und du dich gut erden. Das ist auch sehr wichtig in diesem Prozess, so wie ich das vornehmen kann. Also verbinde dich immer wieder gut mit deiner Erdhaftung, mit deinem Stand. Schlau vielleicht auch mal Wurzeln und schaue, dass es dir einfach gut geht, dass du auch gute Nahrung kannst zu dir nehmen, die dir hilft, dass du durch den Wandel kannst gehen. Es wird schon noch so ein bisschen Prüfsteine geben, aber mit dem Ritter von der Münze kann ich auch sehen, dass du die Kraft und die Dynamik und auch die Energie bekommst und auch die Entschlossenheit, die die Ritter auch mitbringen, um wirklich die notwendigen Veränderungen in deinem Leben einzuleiten. Und das ist schon mal sehr, sehr gut und auch sehr wertvoll. Also vertraue dir deinem Weg, was ich dir möchte offenbaren. Ich sehe auch, dass es ein Weg ist, der mehr in die Selbstliebe wird führen. Auch ein Weg, der dich in deine Treue zu dir selber wird führen, wo du einfach bei dir kannst sein und kannst sagen, ich bin zufrieden mit dem, ich bin zufrieden mit meinem Leben, so wie ich es führe, weil ich bei mir angekommen bin oder weil ich mich eben aufmachen, damit ich bei mir angekommen kann. Und das ist wie etwas, was jetzt für dich eingeleitet wird oder bereits schon eingeleitet worden ist, damit du in deine Kraft kannst kommen. Sehr spannend. Wir schauen, was ist in deinem Unterbewusstsein. Uh, zwei von den Schwerden. Das ist auch eine Karte, die ich auf den letzten Tagen Also da sieht man, dass so nochmal etwas richtig ordentlich überprüft wird und dass du vielleicht auch noch ein bisschen ins Zweifeln kommst. Vielleicht machst du das auch ein bisschen mit dem Kopf. Vielleicht sind auch Ängste vorhanden, das kann ich da auch vornehmen. Ich spüre auch ganz viel so diffuse Sorgen, diffuse Kummer, diffuse, alles ist ein bisschen diffus und nebulös und so ein bisschen in Wuchen verhangen, ähnlich wie da auch. Und ich spüre auch, dass es mit Ängsten zu und her geht. Und das zeigt einfach auch an, dass es mit einer Heilung verbunden ist. Also es geht auch darum, dass du da in eine Heilung kannst kommen in Bezug auf die Gefühle, die du da hast, wo deine Gefühle noch nicht klar sind. Sie sind noch nicht klar, weil du im Kopf bist und weil du es vielleicht auch versuchst, mit dem Kopf zu machen, aber es ist eigentlich etwas, was du über das Gefühl musst machen. Das ist sehr wichtig. Und ich meine, die Lady sieht ja jetzt wirklich nicht gerade sehr einladend aus und ich habe wirklich das Gefühl, es geht so ein bisschen um Schattenwandlung. Also wirklich dich mit deinen Ängsten zu beschäftigen, Transformation von deinen tiefsten Ängsten, von deinen grössten Sorgen, von deinem tiefsten Kummer, den du sogar hast und wo du immer wieder so hin und her und hin und her bist, so am umpendeln und am umschwanken, wie ein Pendel, das die ganze Zeit hin und her schwankt. Dabei ist es eigentlich wirklich der Schlüssel, dass du über das Gefühl in diese Transformation hineingest, wo dann wird der Kopf automatisch ruhig werden. Es geht über das Gefühl, die Lösung und der Schlüssel liegt im Gefühl, wenn die zwei von den Schwertern kommen können für dich. Und wir schauen auch, was sonst auch noch im Unterbewusstsein für dich liegt. Es kommt noch zwei von den Kelchen und da sehe ich, dass es um Partnerschaftlichkeit geht. Es geht darum, dass du in ein ebbenbürtiges Verhältnis kommst, mit und zu deinem Umfeld. Und ich spüre sehr viel Liebe da. Liebe, die für dich da ist, damit du die ganze eigene Seele weg kannst gehen. Und vielleicht gibt es auch irgendeinen Menschen in deinem Umfeld, der zwei von den Kelchen hat immer mit der Liebe zu tun, wo du sagst, mit diesem Menschen möchtest du da zusammen auf diese Spur kommen, auf diesen Weg, auf diesen gemeinsamen Weg, wo auch ganz viel Magisches geschehen kann. Das kann ich da auch sehen. Es ist ja nicht mehr so die Angst, die da ist, so wie mit zwei von den Schwertern, weil das ist vielleicht momentan noch im Vordergrund, die Angst und die Was könnte da echt sein? Sondern es geht eigentlich darum, dass du da in diese tiefe Harmonie, in diese wohligen Klänge, in diese schönen, harmonischen Momente kannst du kommen, mit einer Situation im Aussen oder auch mit einer Person oder auch mit einem Zustand, mit einem Ziel, vielleicht auch, wo du hast, wo du kannst in Harmonie kommen und in Frieden kommen. Es geht um Partnerschaftlichkeit, aber es geht auch darum, dass man gegenseitig genährt und energetisiert wird und da ist sehr viel Liebe vorhanden. Und ich sehe auch, dass es da um höhere Ziele geht, um höhere Ideale, vielleicht sogar um Visionen, weil wir haben da auch den Berg drinnen. Und der Berg zeigt eigentlich auch an, es geht auch ein bisschen um ein Thema von einer Meisterschaft. Ein Thema, wo du in deine Meisterschaft kommst, mit anderen Menschen, wo du dein Bestes wirst geben können und wo aber auch das Bestes aus dir rausgeholt wird und wo du auf deinem ganz individuellen Weg, auf deinem Seelenweg, auf deinem Seelenweg von der Liebe, von der Selbstliebe, aber auch von der nächsten Liebe, von der Partnerschaftsliebe, ja, wie auf eine neue Ebene kommst. Das ist mega schön. Und dass das dir natürlich Angst bereitet, das kann ich gut verstehen, weil ich meine, es ist nicht so einfach. Mit acht von den Kelchen, mit acht von den Kelchen bist du auch in einer Energie, wo du ganz bewusst etwas musst loslassen, vielleicht auch, ja, Abschied musst du nehmen, Trauern, Trauerschmerzen spüre ich da auch mit zwei von den Schwertern, um eben das Neue zu manifestieren, was sich offenbar auch schon ein bisschen in deinem Leben gezeigt hat. Und es ist wirklich so wie ein Aufstieg. Du bist in einem Aufstiegsprozess drin, wo, ja, ich meine, das Jahr bringt das einfach auch mit. Ich kann es nur noch mal wiederholen, es ist ein Neuanfang in der Liebe. Und ein Neuanfang in der Liebe tut einfach ganz viele Themenfelder neu beachern und es werden einfach auch neue Menschen in dein Leben kommen, die dich dabei unterstützen können, dass du für dich auch diesen Neuanfang kannst manifestieren. Vielleicht auch alte Menschen, alte Menschen, die du aus der Vergangenheit kennst, die vielleicht lange Zeit nichts war, die jetzt vielleicht ein bisschen Ruhephasen war, die jetzt aber sich wieder sammeln und finden, damit ihr euch da auf einer neuen Ebene, auf einer höheren Stufe für eine neue Vision werdet finden können. Es ist mega schön und es geht darum, gemeinsam den Weg zu machen, gemeinsam den Weg zu gehen. Ja, und wenn wir dann schauen, wie bist du in diese Energie gekommen, also was hat dazu geführt, dann kommt da für dich drei von den Münzen und mit drei von den Münzen geht es wirklich darum, in ein neues partnerschaftliches Dosein zu finden. Sei das in deinem Berufsleben, sei das in deinem Privatleben, aber es spielt gar keine Rolle, wo du in eine neue Rundheit von deiner Person, von deinem Wesen wirst kommen können, wo du den Wert von deiner Arbeit kannst sehen und daraus wirklich auch eine Wertschöpfung kannst generieren und aber auch wertgeschätzt wirst, wo du wertgeschätzt wirst, wo du aber auch Wertschätzung bekommst und auch Wertschätzung an andere kannst du weitergeben. Und es ist so ein gemeinsames Arbeiten im Kollektiv mit anderen Menschen, ja, das sehe ich auch ganz stark da, vielleicht auch nur mit einer anderen Person, das kann wirklich auch ein Zweiergespann sein, durchaus möglich, wo du in einen neuen Lernprozess hineinführt wirst, wo du dich geöffnet hast oder noch geöffnet wirst, für einem höheren Wohl auch können, einen Beitrag zu leisten. Ich denke immer daran, all das, was du für dich machst, dient eigentlich am Schluss auch im Kollektiv. Und wenn du in deiner persönlichen und spirituellen Entwicklung so weit gekommen bist, dass du verstanden hast, dass der höhere Wille, der geistige Wille, Gottes Wille, wenn man das so auch sagen kann, durch den darf wirken, dann wirst du eine unglaubliche Schöpferkraft in dir entfalten können. Eine Schöpferkraft, wo du spürst, yes, du machst genau das Richtige. Ja, es ist so das innere Ja, ja, die innere Entschlossenheit, die innere Entschlossenheit, die dich vollkommen öffnet, das Herz öffnet für etwas Höheres, für etwas Neuartiges, für etwas, was auch ein Dienst am Kollektiv ist, für ein Höheres Ganzes. Und für das bist du auch hierher gekommen. Für das ist eigentlich jeder Mensch hierher gekommen. Und es ist umso schöner, wenn wir die Berufung auch kennen dürfen, ja, für was das man arbeitet. Zusammen hier in der Partnerschaft, in den Partnerschaften im beruflichen Umfeld, in den Partnerschaften im familiären Umfeld, in den Freundschaften, aber auch in den Partnerschaften, wo vielleicht beide sind, ich finde das auch immer sehr schön, wenn so Partnerschaften auch im Beruf sich finden können. Das ist ja auch etwas ganz Extraordinärs. also dann weiss man wirklich, yes, das ist ein Match und da geht es wirklich so um das Erschaffen von etwas Höherem, einer höheren Bestimmung und auch einer höheren Berufung. Und ich habe das Gefühl, für dich steht ganz genau auch so ein Prozess an. Wunderschön. Und es ist noch ein Lernprozess, also du bist noch ein Lernender in diesem Kontext und dieser Prozess braucht noch ein bisschen Zeit, gibt dir diese Zeit. Es ist auch noch Traurarbeit angesagt und gleichzeitig ist das Neue schon so ein bisschen wie am Eintropfen in dein Leben, also Freude über das. Ja, was hat sonst noch zu dem geführt, dass du in diese Konstellationen hier reinkommen bist und da haben wir sieben von den Schwerter und mit sieben von den Schwerter sehe ich, dass du aus deinem ursprünglichen Bereich, wo du bist unterwegs gewesen, aus deiner ursprünglichen Energie, wo du bist unterwegs gewesen, dass es dort eine Blickwinkel Veränderung gegeben hat bei dir. Die Sonne hat dich geküsst, der Stern hat dich geküsst und ja, ich sehe, dass du da mit ganz vielen schönen, spirituellen Energien in Berührung gekommen bist, wo wie die Blickwinkel verändert haben, wo wie so eine Abwendung, eine Abkehr von deiner Energie gemacht haben, hin zu einer neuen Energie. Die neue Energie ist hier, die zwei von den Kelchen, die Energie von der reinsten Liebesschwingung und die Energie vom Partnerschaftlichen da sein und du bist irgendwie wie so fasziniert von dem. Ja, du siehst da die Sterne, die funkeln, der Mond, der für dich da ist, viel weibliche Energie ist auch da. Es ist so spannend, es kommt mir so vor, als würdest du vom Mond angezogen werden, von einer Yin-Energie angezogen werden. Aber die Yin-Energie ist gleichzeitig auch die Yang-Energie. Und es ist so wie, als würdest du heimlich über ein Spienzlein in ein anderes Energiefeld, das so anfunkelt und glitzert und anstrahlt. Aber eigentlich ist das doch ein verbotnige Zonen. Aber mit Sieben von den Schwertern hat es vielleicht auch noch mit Heimlichkeiten zu tun. oder auch mit Themenfeldern, wo deine Energie sich abwendet von einem ursprünglichen Energiefeld. In der Arbeit, vielleicht auch in der Familie, auch in der Partnerschaft. Egal wo, es findet ein Abwender statt von deiner Energie, weil du neu kalibriert wirst auf die Energie von dieser lunaren, magischen, Sternen angereicherten, spirituellen Sog. Wahnsinnig schön. Und das hat einfach wirklich mit der Liebe zu tun, mit zwei von den Kerlchen, die ich hier sehe. Für die Vision, für einen Neuanfang, für einen Neuanfang. Sehr schön, sehr schön. Und ich sehe richtig hier, wie du da so über Spienzlisch und du erlaubst dir das, du machst es, du weisst, es ist wirklich ein verboten, aber du machst es trotzdem. Ei, ei. Aber schön. Und ich sehe auch, dass du dabei sehr unterstützt wirst, auch wenn es vielleicht verboten wirkt und es vielleicht nicht immer so korrekt ist. Gerade mit dem ganzen Türkeis und dem Violett und dem Rosa, da ist so viel Unterstützung aus der gestrigen Welt, dass du das machst. Okay. Okay. Ja, du darfst das. Ich meine, der Neuanfang muss ja immer irgendwo anfangen. Und da fängt er für dich an. Ja, weil es schwer wäre die Abkehr oder die Abwendung, die Abdrehung, die Neuorientierung von deiner Energie gar nicht möglich. Und das muss ja irgendwie stattfinden. Ohne Sieben von den Schwerden kann das jetzt hier noch nicht stattfinden. Es geht einfach noch mit Heimlichkeiten, vielleicht auch noch mit Geheimniskrämerei zu und her, wo du vielleicht nicht ganz so zu 100% transparent kannst sein, weil du einfach momentan auch noch ganz viele innere Prozesse laufen. Sehr, sehr spannend. Ja, wir schauen weiter. Woher führt das? Ui. 10 von den Stäben. Ja, es ist eine Überlastung, es ist eine Überforderung, es ist vielleicht auch alles zu schwer und alles zu viel, aber hey, es dient deinem Wachstum, es dient deinem Wandel, es dient deiner Transformation. Überprüf dir, was dir zu viel ist in deinem Leben momentan. Was ist dir zu viel? Gibt es irgendeinen Lebensbereich, wo du das Gefühl hast, das ist mir zu viel, ich kann das nicht mehr tragen? Und gehe dort rein. Ich habe das Gefühl, die Themen kochen jetzt einfach gerade an die Oberfläche, weil hier im Unterbewusstsein so viel läuft, weil aber hier auch schon mit acht von den Kelchen du schon in einen Prozess kommst, wo du wie in einen Abschied nehmen, in ein Loslassen kommst, von Energien, von Gefühlszuständen, die nicht mehr zu dir gehören und nicht mehr zu dir passen. Und das führt automatisch dazu, es ist dir alles zu viel. Und das ist ein Zustand gewesen, den ich übrigens vor einer Woche knapp, am Samstag vor einer Woche auch wie erlebt habe, nach einem Taro-Seminar, wo ich mir dachte, es ist mir alles zu viel, weil es so intensiv schafft, die Energie, also auch die kollektive Energie, die schafft so intensiv und bewirkt einfach eine Change, eine Change, dass du da eben in die Energie von den Sieben von den Schwerten kommst, wo man dich so wie abtreibt. Und das ist, ich spüre richtig, das ist gewollt, von oben her gewollt. Also es gibt da so wie eine Blickwinkelveränderung, wie ein Turnover, wie die geistige Welt, die einmal an deine Energie schreibt und sagt, hey, jetzt schaust du nicht mehr die ganze Zeit dort her, auf die Projektionsfläche, sondern wir drehen deine Energie um, dass du deinen Blickwinkel veränderst und da eine neue Vision bekommst, mit zwei von den Kelchen. Und diese Vision ist wunderschön, es ist die Vision aus dem Quell der reinen Liebe, der reinen Schönheit von ja, von der Partnerschaftlichkeit. Das ist ein schönes Gefühl. Also lade dich auf das ein. Aber dass das kurzfristig zu Überforderungsgefühlen kommt, ist irgendwie auch klar. Weil einfach der Change so stark ist, die Veränderung von deinen Energien. Ja, wir schauen, woher führt das noch weiter. 10 von den Kelchen. Wow! Schau mal, wie schön. Die zwei da. Die zwei da. Das kommt da aus, die Energie der zwei von den Kelchen. Also, ich spüre richtig, da kommt ein Match. Ein grosser Match kommt auf dich zu. Und du wirst die grosse Harmonie spüren und auch erfahren. Freude drüber, es wird ganz neue Beziehungen geben, neue Freundschaften werden geknüpft, neue Partnerschaften werden geknüpft, neue Verbindungen werden geknüpft. Und das ist wirklich der Match. Sag einfach Ja dazu. Yo! Yes! Und ja, lass dich drauf ein. Weil mit 10 von den Kelchen es wird super. Also, es ist wirklich so eine Energie, die zu dir kommt, die zu 1000% zu dir passen wird. Das ist so wie, du stehst nicht mehr alleine und bist da die ganze Zeit am Warten, am Warten, am Warten, am Warten, du bist vielleicht diese Person da. Und plötzlich kommt da wie eine zweite Energie dazu und die füllt das auf. Und es gibt wie einen Boost. Ja, es gibt wie einen Boost. Und ich habe das Gefühl, das ist etwas, das ist du dir noch nicht mal erträumen, was hier passieren wird. Weil es einfach ein Match ist. Und das ist ganz spannend. In all den Orakel, die ich in das Paradies erleben und so weiter. Sowieso auch Neubig in der Liebe, die seit diesem Jahr ja so omnipräsent ist und uns einfach immer wieder irgendwie vor die Nasse geführt wird. Ich spüre mega, das kommt da ein Mega-Match. Hey, es wird der Hammer Freude. Die Zehn der Kelche ist wirklich die absolute Erfüllung. Es ist ja auch die Happy Family Karte, aber hier spüre ich wirklich, das ist so ein ganz tiefes Hieben gegenseitig. und das wird genährt aus zwei der Kelchenenergie. Aber es kann erst genährt werden, wenn die Schattenwand und die Schattentransformation vollzogen ist, damit du richtig loslegen kannst. Das ist ein Zielzustand, der noch kommt und sich wird entfalten. Freude darauf. Ich habe hier noch eine Karte von der Mondpriestenschaft und hier kommt der Wolf. So schön, Wolf. Hör den Ruf. Lass dich mitziehen von dem inneren Wissen, dass du dazu gehörst. Dich verbunden fühlst und dich ganz aufgeben kannst, ohne dich zu verlieren. Du bist ein Teil des Ganzen. Erlaube dir, dies zu spüren. Es geht um das totale Aufgeben von deinem Ego, über dein Ego verbunden von deinen Ängsten und somit in eine volle Hingabe zu kommen. In die volle Hingabe der Liebe, das totale wirklich in das partnerschaftliche Dasein zu kommen mit zwei von den Kelchen, mit zehn von den Kelchen. Und dann ist wirklich die einsame Suche, vielleicht auch nach deiner Identität, wo du vielleicht so halbbewusst jahrelang damit unterwegs bist, hört wie auf. Du bekommst ein Wohl von deiner Seite, ein Wölfin, ein Rudel vielleicht auch, der genau zu dir passt, genau mit den Menschen, genau zu deiner Energie passt und harmonisiert, wie es für dich sein darf. Und das ist die zehn von den Kelchen. Und was ich wunderschön finde, ist es nicht nur die Familie. Es kann die Familie sein, aber muss es nicht. Natürlich die zehn von der Kelchen klasse immer mit happy family all together, wir haben eine schöne Zeit zu tun. Aber es ist mehr als das. Es geht über das Kleine, über die kleinste Einheit hinaus. Es ist wirklich der grosse Regenbogen der Fülle, der zu dir kommt. Und das in jedem Lebensbereich. In der Partnerschaft, in der Familie und im Beruf. Es ist die vollständige Erfüllung. Und die vollständige Erfüllung ist nicht möglich, wenn du nicht auch die vollständige Qual, die vollständige Last erlebt hast. Wo einfach alles zu viel ist. Aber das musst du zuerst mal spüren, um zu erkennen, was loslassen muss, damit du ins Glück kannst. Und der Wolf, das ist dein treue Begleiter an der Seite. Ich spüre ganz viel Loyalität, die zu dir kommt. Tiefe Freundschaft, tiefe Ergebenheit, aber wirklich eine Person, die du voll und ganz vertrauen und dir die Hand reicht und du einfach nur noch reinschlägen und sagen that's it. Das ist der Match. Es ist der Match, es braucht gar nicht weitere Worte, weil die Energie füllt das allein aus. Es ist wie das, was ich vorhin gesagt habe, da bist du und bist bisher da gewesen und bist gestanden und gestanden und gestanden und hast einfach dieses Ding gemacht und plötzlich kommt da noch das Dual und deine Energie wird vollständig ausgefüllt ein Werk, der sich hier entwickeln. Hey, also die Hammerenergie ja und die Einsamkeit, auch die unbewusste Einsamkeit, die da vielleicht auch noch vorhanden ist bei dir, die stille Einsamkeit, die wird aufgelöst werden, die wird sich auflösen in die totale Verbindung der Liebe und das ist mega, 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 mega schön. Also freue dich auf das, was kommt und zeige dir hier noch schnell die Unterseite vom Harderdeck, was wir hier noch haben. Wir haben, also es wird drücken, es wird vom Unterbewusstsein her ziemlich drücken. Wir haben hier auch noch ein Sonnenfinsternis. Ja, es wird an dir krabbeln und arbeiten, aber das ist gut so, weil es ist für dein höchstes Potenzial, für dein Bestes. Und auch dabei wünsche ich dir ganz viel Vertrauen, viel Hegabe, viel Fürsorge und Liebe, Selbstliebe. Alles Liebe für dich und bis zum nächsten Mal. Tschüss!